Dann tauschen wir mal. Ihr seht leider nicht, was ich so tausche, aber wir wechseln. Wo ist das? Die Funktion? Ach, da drin, genau. Habe ich gerade Ausweis in deinem Internet ausgemacht? Nein, nein, alles gut. Schade. Fangen wir an mit Wundertauschen. Erstes Pokémon, auf geht's. Bitte nicht spoilern, ihr wisst und so. Speichern, ja, muss ich ja. Suche einen Tauschpartner. Ha, so. Erstes Pokémon wird weggetauscht. Was hast du als erstes, was du weggetauscht? Ein Putschiener. Oh super, ich habe einen Kurzel. Pupushi. Pupushi, meins hat japanische Namen. Ha, schön. Niemand will tauschen. Oh, ist unser Stream gerade abgekackt. Was? Sehr gut. Ah, und die Internetverbindung läuft ja super. Kann ich das irgendwie so machen, dass du es nicht sehen kannst? Nein, irgendwie nicht so richtig. Ist schon wieder da. Oh! Oh, das ist ja cool. Okay. Ich habe nicht gesehen, was du getauscht hast. Ja, ich habe, wow. Oh, ich habe alles Gutes, hoffentlich. Ich glaube, ich habe auch ein gar nicht so schlechtes Pokémon. Nein, du siehst das nicht. Nein, nein, warum noch denn nein? Oh nein, du kannst es sehen. Ich habe nicht hingeguckt. Nein, ich habe nicht hingeguckt. Oh nein, warte, kann ich Ihnen jetzt so weit vorstellen? Okay, jetzt haben wir das Tausende Mut. Alles gut. Perfekt, Miri sieht nicht, was ich habe. Okay, nächster. Ja, noch eins. Sieben Stück. Sieben Stück müssen wir jetzt tauschen. Ja, das kennt ihr. Und nachher dürfen wir uns aussuchen, welches von unserem Pokémon das Allerschlechteste ist. Ja. Ja. Und das brauchen wir dann nicht mehr zum Kampf nehmen. So, als nächstes geht Geweiher weg. Und bei mir geht Putschiena. 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 Na, gucken wir mal, was da bei rumkommt. Los, Geweiher. Geh. Ich habe ein Arctos bekommen. Ja, bestimmt. Aha. Und ein Rai Quasa, beide gleichzeitig. Kimi Zeleby, please. Shiny. Er will ein Shiny. Ja, das ist fast Shiny. Wenn du die Augen so fast zumachst, dann könnte es Shiny sein. Oh Mann. Du solltest nicht leben. Augen geradeaus. Das ist doch Pikachu. Ja, genau, sowas dürft ihr schreiben. Oh nein, was? Was ist denn das? Was ist das? Oh, zeig mal, ich dachte, was das ist. Oh, ein cooler Ball. Ach, wie süß. Aber ich habe es noch nie gesehen. Spermium habe ich gekriegt. Ich habe Spermium gekriegt. So in der Art. In Quatsis. Nächstes. Nächstes. Noch eins, ja. Dass man immer speichern muss. Ja ehrlich. Aber ich speichere zum Glück ziemlich schnell. Nicht so wie in Final Fantasy. Ich weiß gar nicht, weil ich das bei dir. Tschüss, wie wir noch ein 4. Speichern, das bei meinem New 3DS schneller als bei deinem langweiligen Standard. Oh, das kann ich dir nicht sagen. Meiner ist gar nicht langweilig, ist umgebaut. Jetzt sieht man nicht mehr, wie viele Zuschauer da sind. Ist das Stream noch da? Hallo. Wenn er weg ist, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Also, haha, das wisst ihr jetzt so. Also, wenn er jetzt weg ist, dann schreibt bitte in den Chat, dass der Stream weg ist. Und auf YouTube, wenn es YouTube-Video weg ist. Keine Sorge, wenn ihr mir was verpasst habt. Auf YouTube können das mir einladen können. Oh. Oh, Alexis aus Mexico. Er ist Big L. Nice to meet ya. Faloui, wie Faloui. Faloui. Weißt du was? Ich erkenne am Ruf, welches Pokémon es ist. Ja? Nein, nein. Was hab ich denn da gekriegt? Ein Carpador? Die Katze? Warum? Warum hab ich das gekriegt? Warum? Warum? Carpador? Warum? Puchiena? Nein. Schaffkorn? Warum? Raupi? Ah, nächster. Kokona? Nein, sag, vielleicht auch eines zum Austausch. Nein, da kommst du eh nicht drauf. Myrapla? Nein. Irgendein Pflanze? Ich weiß nicht, ist ein Pflanze, Pokémon? Kann sein. Äh, die, äh, äh, die, 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 die raupe, die neue... Pumme. Nein, nein, keine Sorge, nein. Los! Nächstes. Wo ist der Hindestream? Er ist ja wohl da. Ihr wollt mich nur ärgern. Er ist auch da. alles gut da hinten dass es dahinter ist das nicht dass es da in der mitte in der mitte du kannst einfach zwischen die zwei monitore ziehen dass ich das bild nicht mehr richtig das ist leider genau das ist kein zwischen doch so ein bisschen durchgeschnitten aber ich sehe es ja nicht richtig ich guck da ähnlich richtig schade dass sie einfach nicht verändern kann ich habe schon ein neues pokémon bekommen nein ja ich habe was gutes bekommen ja es heißt passt mein pokémon wenn es schein ist ja könnte das auch immer so weit in den chat schreiben hier muss aus japan damit ich auch weiß dass es auch wenn es nicht schein ist nein dann nicht er freut sich immer ich habe keine ahnung was ich hier okay nächstes pokémon ja wir haben schon vier getauscht nur noch drei so ich habe schon jemanden gefunden das wieso aus tschechien was ich hatte noch nie jemand aus tschechien wie cool hallo bei mir so wie bei louis bärchen du hast autogrammkarten auf den autobest steht aber ich kriege heute ganz schön viele coole pokémon ja bernout kanada mannitoba mannitoba ja mann followt uns willkommen bei den unfähigen pokémon spielern irgendwie habe ich immer schneller jemand zum tauschen als du bist du schon wieder beim nächsten ja warum ich mal warte mal auf dich ich habe dich gewartet weiß ich nicht dass du gleichzeitig tauschen ok entschuldigung mach ich nicht mehr ja mach das nicht mehr so bist du fertig bist du endlich fertig wundertausch nächstes ich habe echt immer gewartet ja aber auf was wartest du wenn ich doch sag ich hatte mein tauschen ja aber vorhin so fertig mach hallo geht weg geradax geht weg pokémon ads aufmerksamkeitsdefizit syndrom was heißt das my donkey gesundheit baluie bällchen ein baluie bällchen geht auch nicht hallo geht es noch und tschüss du gehst zu hunter californien zu feinen okay ich habe ein pokémon zum weg tun und dachte zwar das müsste das andere das darf nicht mit und dann kommt ein was noch schlechter also ein schrott aber wir haben doch noch viele eins zum tauschen komm jetzt das mega super über pokémon ich hätte jetzt gerne ein shiny keine ahnung ich hätte jetzt gerne ein shiny gutes pokémon ja ich hätte gerne ein shiny glurak bitte welches von dem pokémon am schlechtesten ist ehrlich geht fähiger als earlyboy typ das muss ich jetzt erklären ja so heißt du ach so ich bin der fähiger als earlyboy typ 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 kann wir noch das ist meine random fact ich habe noch es sieht aus wie meiner nein das ist mein loch nach frankreich ihr könnt im übrigen auch gerne mit wunder tauschen und mal gucken ob wir euch dann vielleicht dabei sehen als name fähiger als earlyboy ja toller name nein was ist denn das das ist okay du siehst eh was ich kriege oder nein ob wir alles fertig reingerichtet haben in unserer wohnung ja weitestgehend so was sechs körper und ein garados jetzt müssen wir mal gucken welches team ich wie zusammenstelle welches team welches pokémon am wenigsten scheiße ist ja genau äh und womit wir kämpfen also welches wir kämpfen also welches wir kämpfen ich habe einen besseren wert aber es ist ein level höher als nämlich das ach werte wer achtet denn schon auf werte ja ich du das hier ist ganz okay das nehmen wir mit das bringe ich allen noch mega gute attacken bei nix da schummeln ist nicht drin ich habe ein pokémon was ich jetzt nicht mitnehmen das kann ich dir verraten das heißt im englischen charloko ne charloko ist das deutsche ja das charloko und es kann nur härter lass mich raten ihr könnt gerne mitraten warum ich das nicht mitnehmen werde das ist das ultimative pokémon wow das ist der fluch dass alle pokémon fluch lernen können so ihr seht unser wunderteam ist zusammengestellt ja dann ähm können wir jetzt gegeneinander kämpfen ja ich fordere dich heraus du forderst mich genau dreierkampf was nein nein sie wurde die ärgern äh alles richtig ja kein spielchat dass die das immer noch fragen wie händerte spielchat hallo hallo ja bokefreak wir gucken mal ob wir nachher noch gegen euch kämpfen oder nicht lassen es ein einzig kampf normal nein was nein nein ich möchte nicht gegen dich habe ich das falsch eingestellt so die andere person möchte den spielchat deaktivieren bist du einverstanden ja so nervig vor allem dass das immer das andere ist das wird lustig ja das ist ja der das ist das ja oder das jetzt eigentlich den unteren äh den bildschirm nachher nicht angucken wo man sieht was ist du und warum kriege ich nichts davon da kriegst ich will das nicht wie war das denn nochmal oh kampfbox ich nehm meine kampfbox mit team pokemon was muss ich ausblenden du musst das jetzt unten zu halten oder wann glaube ich äh ich habe nichts um zu halten auch mein handy okay jetzt muss ich also die reihenfolge festlegen ach du meine güte gut ah warum geht das was habe ich jetzt gehört oh nein was hast du gemacht das ding ist zu schwer es rutscht immer runter das kann ich nicht zu verdenken in dir ich weiß nicht was miri hat ihr wisst es schon ihr wisst mehr als ich so bereit nein ich musste leider manche mir schon scheiße ach meinte ich fertig und ok ja zähl weg also wir wissen beide nicht was der andere hat du hast sechs pokemon dann gucken wir mal ja du auch glaub ich ne probier mal nein probier dein blödes lakritz selber oh ein ii eboli oh miri hat ein eboli oh ein gulpin oh wow nein wir haben einen schnuppen gekriegt glückwut immer noch besser als eboli ja schon ein bisschen ach scheiße das kann sogar attacken ja oh nein warum kannst du stafette blödmann was hast du denn jetzt davon nichts wow ein eboli ja ist ein eboli oh nein du arsch ist es vergiftet wenigstens nein was sind denn das warum das kann ja nur scheiß attacken ja ich sehe gerade was ist denn das für eine attacke von der habe ich noch nie gehört die habe ich noch nie gesehen die attacke sag mal kannst du eigentlich vergiftet werden ich bin doch nicht so ganz sicher ehrlich gesagt das ist die beste attacke was kommt jetzt was kommt jetzt mir die ausgebürtete eier 1 spaßkanone was ist denn das gewesen was ist denn das für ein blödsinn das war ja klar spaßkanone spaßkanone ich tötet dich damit was ist denn das für ein blödsinn warum machst du jetzt spaßkanone das ist ja nicht lustig akadem willkommen bei den unfähigen pokémon spielern und da hast du mein pokémon nein nein liebe dich das finde ich nicht gut nie 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 du nie ja ihr könnt gerne im chat freundeskodes austauschen und selber ein bisschen pokémon kämpfe machen wunderkämpfe und achte meine güte da hafte j willkommen beim unfähigen na das gibt es nicht yes 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 mir ist vergiftet la 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 das ist doch scheiße dass ich überhaupt so ein schluckbuch habe ist ja gar nicht so schlecht ne natürlich nicht hätte mich äh du hättest einen evoli kriegen können evoli ist an sich nicht schlecht alle finden es voll tool oder ja wie denn das ist ja du hast doch gar keinen typen vordergabler du hast glaube ich eines der stärksten pokémon gerade von mir weg gemacht quatsch hier war auf ja ich habe erst gesagt es wäre toll aber irgendwie ich glaube es wäre cool und groß und es kann so toll ja ja bitte nein oh nein ah come on armes evoli ich hab dich so gemocht ach es hätte doch wenigstens nicht töten können ich hab noch silberblick dazu oh silberblick sehr mächtige attacke das ist krass also ruckzuck hier und silberblick ja ich hab mich schon oh ein trassler hallo oh guck mal ich hab jetzt statik als als fähigkeit na super los ruckzuck hier tötet es das ist nur ein blödes blatt wie blatt das ist ein trassler bist du behindert ich werde das nie verstehen das ist kein pflanzen pokémon es ist so grün den blödes bl線 nein ah yes ne 5vp überlebt yes ich bin schneller yes na und du würdest mich ja nicht töten aber nahezu das ist schon schon gut genug würde ich sagen Na ha 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 tüss naja ich mach mir da mal noch keine Sachen was ist das denn nein trassler ist ja nicht stark das ist Gift Nein, das glaube ich nicht. Guck mal, ich habe einen Fletchlinger. Fletchlinger? Du bist auch ein Fletchlinger. Ich bin auf keinen Fall schneller als du. Sicher? Nein, ja, natürlich. Flug, Knabe, in meinen Hattesattacken. Schade. Was hättest du denn jetzt gemacht? Abgangsbund. Boah. Arsch. Wenn das durchgegangen wäre, ne? Das ist ein Traffler, das überhaupt schon kann. Das lernt das als eine... Das ist schon fies. Ach, wie süß. Lass den hier für eine Tag. Aber ich muss einmal lesen. Ach so, ja. Ja, jetzt weiß ich, was sie ist. Ist gut, als gut. Ja. Eine Windböe. Ja. Das ist ein Wettwunsch. War wohl nicht so gut. Oh, fast. Mal Pokémon. Mal Pokémon. Mal Pokémon. Mal Pokémon. Oh, klingt dumm. Ach so. Oh nein, das macht nicht wirklich so wenig. Du hast ein Pokémon, was Siedewasser kann. Dein Ernst? Das ist ein Wasser-Pokémon. Ja, aber Siedewasser können die nicht am Anfang. Ja, nicht am Anfang. Nein. Ja, das ist ein Aufnahmestream, aber trotzdem reden wir dabei. Also macht ja keine Sorgen. Wie, wir reden dabei? Ja, wir reden im Chat auch. Hallo Chat. Hallo Chat. Hallo Leute, die bei YouTube gucken. Ich bin Miri. Ja, aber ich bin Baloui. Oh, ach das ist das. Ich dachte mir schon, dass du das meinst, als du mit Spermjungen bist. Ja. Ach man, das ist so nervig, dass du Siedewasser hast. Ich hasse dich einfach dafür. Boah, nein, du hast mich wirklich für eine Elektro-Attacke gemacht. Yes. Du Arsch. Das hat gereicht. Das Ding kann jetzt schon eine Elektro-Attacke, das ist so unfair. Das ist ein süßes Ding, was wird denn da mal raus? Ich weiß gar nicht, was da raus entwickelt. Das wird mal sehen, nicht mehr. Oh, die Nervensäge schon wieder. Und du, ich bin die Nervensäge, soll ich Spaßkanone machen? Nee, bitte nicht. Hast du mich paralysiert? Au! Das ist kein Grund, wie du schläfst. Doch, natürlich. Ah, wirklich. Ja. Au! Headshot. Au, was soll denn das? Au, macht man nicht. Ich bin dein Freund, ja? Nein, bist du nicht mehr. Warum nicht? Wer andere paralysiert, der hat keine Freunde. Okay, dass das keinen Schaden macht bei dir. AAAAAAAA! Oh, das war fast. AAAAAAA! Das tat aber jetzt weh! AAAAAAA! Das tut mir leid. Geh weg! Boah! Wir wollen Facecam machen als Beweis, dass du nicht mehr macht. Das ist so gemein! Das hat wohl keine Weh! Ja, hoffentlich! Oh, es ist rot! Nein, geh weg! Oh! Das ist so dumm! Ich? Gar nicht! Du bist der Arsch! Nein! Das war so mein Pokémon paralysiert. Ja, nee, das war aus Versehen. Wenn hier jemand ein Arsch ist, dann du. Erstaunen. AAAAAAA! Oh, guck! Das ist doch kein Schaden. Boah, herzlichen Glückwunsch. Ist ja... Oh, ne, was ist das denn jetzt? Ne? Ach, das kann sich nicht mehr tun, weil... Ach, nein! Da, da... War super! Ich glaube, ich glaube, irgendwie wird das hier... Guck mal, wir haben noch gleich viele Pokémon und meinst du... Nein, nicht! Du kannst nicht Windstoß! Nein! Nein! Yes! Gut, dass ich mich hochheilen kann. Ich durfte dich schlagen, alles okay, der Chat hat es erlaubt. Nein, der Chat hat gar nichts erlaubt. Nein! Ja, aber wir spielen heute Abend noch Star Wars, keine Sorge. Nooo! Yes! Stirb an meiner Paralyse, ehrlich. Was kann denn das hier für Attacken? Boah, der Scheiße kann das hier nicht attacken. Super. Ich dachte, ich hätte ja ein gutes Pokémon, aber es kann keine Attacken. Wie, es kann keine Attacken? Wow, was? Ja, ne? Na toll. Mir ist natürlich nicht mehr so gut gegen. Nicht? Nee, irgendwie nicht so. Ähm. Ja. Tja. Mich ausfaust! Ich habe ja noch was. Achso, nein, was hast du denn? Jetzt kommt das ultimative Pokémon Level 100. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Hast du das schon mal gesehen? Das ist ja natürlich. Das ist ein... 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 Ich weiß auch nicht, was es ist. Oh, was? Es kann... Okay, es gibt mir nur überhaupt gar nichts. Und das Pokémon hier. Es könnte so gut sein, aber es kann einfach nur flu. Wow, okay. Machen wir mal das. Was? Nichts, alles gut. Was hast du vor? Das kann nichts. Das Pokémon kann gar nichts. Voll scheiß eigentlich. Was ist denn jetzt? Rotumschutz. Okay. Da... Du kannst Blätter... Ja, ein bisschen. Tanz. Ja, ich kann tanzen mit Blättern. Ich glaube, Miri gewinnt hat einer. Nein, ich glaube nicht. Schau mal. Ich habe nichts gegen Blättertanz. Wird es stärker eigentlich? Nee, ne? Jetzt hört auf, mich zu schlagen die ganze Zeit. Das ist so unfair. Oh, es ist verwirrt. Yes. Warum ist es... Es kann verwirrt werden davon? Oh, das wusste ich nicht. Das Schlimme ist, ich habe kein Pokémon Degging. Wie, dein New DSXL ist tot. Das ist aber doof. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, schon irgendwie. Bitte haut dich selbst. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Komm schon, sei nicht verwirrt. Paralyse. Äh, paralysiert. Knauzeniert. Ah! Mann! Gekrittet. Gerechtigkeit. Nein, das ist nicht gerecht. Du Dobis. Das ist ausgekuckt. Wirst du mal bitte deine Brille absetzen? Dann würde ich die aufhauen. Du willst mich auf meine Brille schlagen. Du Arsch! Pali! Nein! Ich hab die falsche Unterkabend angemeldet! Nein! Aua! Nein! Hast du dich gerade selber geschnackt? Nicht Komprimato, du Behinderter! Das darf man nicht kämpfen. Nicht sein Fluchtwerk steigern. Oder die Genauigkeit vom anderen decken. Das wusste ich nicht. Ich hab da nur ausgesehen drauf geführt. Du darfst nicht dein Fluchtwerk steigern im Competitive. Hä? Warum nicht? Scheiße. Ja, wie scheiße. Scheiße darf man nicht. Ja. Paralyse, Proc, Paralyse, Proc, Paralyse, Proc. Ja! Ich komm damit hoffentlich durch. Ich komm damit hoffentlich durch. Ja, natürlich kommst du damit durch. Du kannst immer noch irgendwann mal ausweichen aus Versehen oder sowas. Nein. Yes! Was sagst du denn jetzt noch? Du Klett. Die ist aber klein und süß. Ach so, aber dein ist es doch viel kleiner. Nein, deine kleine Ente ist viel kleiner und süßer. Das Paralyse ist so unfair gewesen, Elif. Ist aber so gut. Boah, ist keiner klar. Ja, das Problem ist doch, du hast nicht mal einen Pokémon, was Elektro attacken kann. Aber mein Elektro-Kokoman ist auch halb tot. Drei, vier, 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 vier. Oh, 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 oh. Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, was jetzt mehr Sinn macht. Komm. Mal gucken. Ja, natürlich bist du schneller. Aber ich weiß nicht, wie stark es ist. Jaaaa! Das war ja klar, ich hatte ja gar keine Chance am Ende. Das ist Wasserflug. Was soll es denn machen gegen Elektro attacken? Ja, das stimmt. Doppelte Schwäche. Yeah, okay. Den ersten Wunderkampf habe ich gewonnen, oder soll wer neues gefolgt? Raikou, willkommen bei den unfähigen Balouinen. Möchtest du aufhören? Ja.